so kann losgehen wollen wir mal vielleicht sind wir ja diesmal schneller ja ich denke schon ich höre Monsters so oh dieser scheiß Feuerteufel mich schon wieder erwischt so mir gleich ein bisschen Energie abgezogen hier kleine Spritze so ich kümmere mich genau die scheiß Saaten Mutti gibt's ja noch Muniz Munizion hier gibt's Munizion Munizion wo ist denn dieses Ding jetzt ach das ist oben bestimmt oben ja dann gehen wir mal noch alter die Hühner ah ich hab's gefunden sehr schön so okay dann können wir ja wieder nach unten gehen hat der andere die Musik angemacht, oder? Ja, ich Achso, okay Abschied Ist ja bestimmt geil, wenn du das beim Gegner machst dann denkst du dann auch wo kommen die Mucke, was ist los? Ja Aber ich glaube, diesmal begegnen wir uns auch ich höre die zumindest vor uns, glaube ich Oh nein Ja Ja, so ein bisschen mehr weiter rechts irgendwie Ich kann ja mal gucken, ob ich schon wem sehe Oh ja Das war ich Achso Warst du das auch? Ja Ich schieße auf diesen Feuer-Teufel-Typen Ah Ich weiß noch, da oben ist er Man sieht ihn in dem ganzen Feuer überhaupt nicht Ja Jetzt ist er tot Ah, super So, da oben ist das, ne? Ja, hier sind irgendwie zwei Stück Oben und Drinnen auch So Ich denke mal Ich denke mal Hier wird auch einer der Gegner sein Hier drin In einer Kathedrale Hm Oder was das hier auch immer sein mag Kirche Okay So, Rätsel habe ich gelöst Dann können wir hier mal runter Hier geht's gar nicht weiter, ne? Ich glaube Ah, da hinten ist es Was ist das? Äh, ich glaube gleich Aber warte mal mal gucken Ich glaube Ah, hier ist so eine blöde Saatmutter Achso, aber die kommt nicht rein Ich glaube, das ist hier draußen Aber Ja, genau Oh mein Gott Es sind zwei von denen Jo, erledigt Und hier ist auch das zweite Rätsel Super Er ist ja gegenüber das Gegner hier irgendwo Aua Ah, ja Ich hab's auch gerade gemerkt Ach, das ist dieses komische dicke Schweinchen Das kriegen wir vielleicht sogar hin Hat das, äh, oink oink Ja So Die sind auch hier irgendwo Ja Irgendwie links von uns So Hier müsste dann Das Vieh auftauchen gleich Hm Oder? Ist das hier? Ist das irgendwie hier? Aber in dem Gebäude selber ist es nicht, ne? Ich geh mal nach oben Ich hör's aber laufen Links Ja, genau Ja, super Dann wollen wir da mal rein Und töten Ja, das Schwein Oh, hier gibt's auch Munition Alles gut Ah, jetzt geht's los Geißer Oh mein Gott Dauer Habe ich dich getroffen, ja Wenn er ein bisschen Oh, ich brenne, ich brenne Ich ging nicht lang zur Penne Rösser, der Achter Mist, sag Oh, nachladen, nicht vergessen Edgar Wallace Der Brutzler Äh Wenn mich immer hier anbrutzeln muss So Energiespritze Knarre Alter Erschieß ihn Ich 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 Oh Gott So Jetzt geh ich mal wieder aufs Gewehr Oh Arschloch Mann Zündet mich an Ey Es gibt's ja gar nicht Vorsicht Er ist Direkt hinter dir So Ich brenne, ich brenne, ich brenne Und jetzt brauche ich noch mal eine Spritze Und zwar nicht ein Problem Nochmal R drücken für nachladen Nicht vergessen Alter Äh Wie du eben Mit dem Um die Säule Oder Einen Tisch Laufs So Verlust Hier aus Ja Machen wir ihm mal ein chaos Partner Sicht Er ist dort Ah super Wenn du mich wiederbelebst Dann habe ich vielleicht noch Ich weiß gar nicht, ob das geht Nicht Doch Ach du hast es geschafft Alter ich habe nur einen ganz kleinen Energiebalken Voll übel Vielleicht können wir ja direkt rausrennen jetzt oder so Ohne ihn zu verbannen oder Können wir ruhig verbannen aber trotzdem vielleicht rausrennen Na gut dann rennen wir jetzt ja Ja und draußen verteidigen wir wieder Achso du meinst nicht ganz rausrennen Achso so rausrennen doch klar stimmt Ähm zur Kutsche meinst du ne Ja Genau ja Ach warte da gab es noch Munition die konnte ich aufnehmen Okay Schnell weg Ich weiß noch nicht wo es hier raus geht Alter voll die Bonn-Duell-Dosen sind hier eben gerade Oh der kommt der Käfig Gucken wir ob er da hat Geht das? Achso das geht glaube ich nicht Warten wir dann fahre ich dich mal auf Nee dann lass uns erstmal einen Ausweg hier finden Hm Hier lang glaube ich oder? Ja hier Ah gut Äh rechts Gleich wird mal hier abgeknallt Hm das würde auch noch fehlen Oder wir verstecken uns Oh oh die Wo gehen die hin? Oh nein Alter ist sehr flink Oh Oh jetzt gibt es hier auch noch Saatmutti Schau auf Oh ich habe eine Saatmutti hinter dir platt gemacht Ja das ist gut Äh die Saatmutti Ich komme aus allen Ecken Komischerweise habe ich jetzt wieder zwei Balken Das soll mal einer verstehen So eigentlich muss man links rum ne Links so steht links oben Hm Also Nordwesten oder so Okay Oder nehmen wir doch die Dinger mit Oh scheiße Von wo Ach da Sie sehen Warte mal ich schalte mal um Ich habe ihn erwischt Ah super Alter Ich habe Schritte gehört Aber ich dachte erst Okay das bist du ne Mist Was hat denn der für eine Waffe gehabt Na gut Jetzt haben wir einen erwischt Wollen wir trotzdem rausrennen? Ja lass mal rausrennen Dann hier lang so Schräg rüber glaube ich Da Hm Rausrennen finde ich auch mal besser Äh gerade Weil wir jetzt ja ein bisschen sammeln müssen ne Was Kohle angeht und so Ja Wäre natürlich cool mit dem Trophäen Aber ist egal Ja Machen wir aber in der nächsten Runde Ja Boah dieses scheiß Wasser Ja Ein bisschen nach links Da lang So Oh Jetzt hat schon wieder die Lunge an Hier ist er Das ist gute Arbeit Ja Oh Team Extraktion Ich weiß gar nicht Wie ist denn das Wir gehen jetzt raus Die ballern Können die dann einfach weiter zocken? Ich glaube ja Ja Du hast überlebt Um an einem Wunderschönen Tag Daran teilzunehmen Au revoir Ciao 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 Ciao